Was ist sekundärer Leberkrebs? Sekundärer Leberkrebs ist ein Leberkrebs, der dort nicht entstanden ist. Der Krebs musste an anderer Stelle im Körper entstehen und in die Leber wandern oder metastasieren. Sekundärer Leberkrebs entsteht in der Regel in der Bauchspeicheldrüse, im Magen, in der Brust oder in der Lunge. Der Dickdarm ist die häufigste primäre Stelle, wenn Leberkrebs entdeckt wird. Die Symptome von Leberkrebs sind gleich, unabhängig davon, ob es sich bei der Leber um die primäre oder die sekundäre Krebsstelle handelt. Die Leber ist ein häufiger Ort für Sekundärkrebs, weil die Leber das Blut filtert. Wenn Krebs an anderer Stelle beginnt und sich vom primären Ort lässt, wird er normalerweise in den Blutkreislauf gelangen und in die Leber befördert. Häufig wird das erste Wissen eines Patienten, dass er Krebs hat, nach dem Auftreten von sekundärem Leberkrebs diagnostiziert. In den meisten Fällen von Leberkrebs ordnet der Arzt zusätzliche Tests an, um einen primären Krebsort zu lokalisieren. Viele Leberkrebs-Entdeckungen sind tatsächlich metastasierte Krebsarten. Zu den Symptomen von sekundärem Leberkrebs zählen Gewichtsverlust, minderwertiger Fieber und Appetitlosigkeit. Leberkrebs lässt die Leber hart und vergrößert werden. Der Patient kann über Schmerzen unter dem rechten Brustkorb klagen. Krebslebern fühlen sich während einer ärztlichen Untersuchung im Allgemeinen klumpig und geschwollen. Gelbsucht oder Gelbfärbung der Haut und des Weiß der Augen ist ebenfalls ein Symptom einer Lebererkrankung, einschließlich sekundärem Leberkrebs. Bauchspeicheldrüsenkrebs, der sich in die Leber bewegt, bewirkt normalerweise, dass sich die Milz vergrößert und bei Berührung schmerzhaft wird. Der Magen füllt sich mit Flüssigkeit und wird aufgebläht. Bei sekundärem Leberkrebs im Endstadium schläft der Patient viel und kann über die täglichen Ereignisse verwirrt werden, da die normalerweise durch die Leber herausgefilterten Toxine durch das Blut in das Gehirn gelangen. Es ist schwierig, sekundären Leberkrebs zu diagnostizieren, da abnormale Ergebnisse von Leberuntersuchungen auf eine Vielzahl von Krankheiten zutreffen. Nach Bluttests mit abnormalen Ergebnissen ordnet der Arzt normalerweise zusätzliche Tests an, einschließlich Ketskans und Ultraschall. Diese Tests können Tumore aufdecken, aber nicht unterscheiden, ob die Tumoren von Krebs, Leberzirrhose oder anderen Erkrankungen stammen, daher ist eine Biopsie erforderlich, um Leberkrebs genau zu diagnostizieren. Die Behandlung von sekundärem Leberkrebs hängt davon ab, wie weit fortgeschritten er und der primäre Krebs sind. Chemotherapie, Chirurgie und Bestrahlung werden häufig verwendet. Das Chemotherapeutikum wird manchmal direkt in die Hauptarterie der Leber injiziert. Die Strahlenbehandlung reduziert die Schmerzen in der Leber, bietet jedoch keine anderen Vorteile. Die Behandlung von Leberkrebs zielt häufig darauf ab, die Schmerzen des Patienten zu reduzieren.